Ruben und ich arrangierten die Geschichte zu einem Drehbuch und so strukturierten wir die ganze Geschichte zu einem Filmskript. Die Kinder begannen die Hintergründe zu entwerfen und zu ihrer Geschichte zu zeichnen oder zu unserem Film. Ruben hat dann Spezialeffekte mit den Kindern aufgenommen und so durch verschiedene Techniken und die Stop-Motion-Technik und mithilfe einer Greenscreen eine erste Filmszene gedreht. Glücklicherweise kam auch eine Mutter zu uns und hat uns unterstützt, die Kostüme für die Charaktere zu nähen und zu basteln. Und jetzt geht's los. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.